Der Legende wohl war, ob sie die ganze Zeit im Verborgenen auf das Auftauchen der Kiste gelauert hat? Sie und ihre Mannschaft hatten in der Nähe ein Lager, in der Lichtbogenhöhle. Wenn du dorthin gehst, sei bitte vorsichtig. Sie wird von bösen Geistern heimgesucht. Sie wird von der Kiste gelauert. 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 Sie wird von der Kiste gelauert.